Was? Warte, bitte, bitte, ach! Äh, was? War die Brücke vorher schon da? Nee. Hätte ich mir jetzt gedacht, fuck! Hier war's nicht schon! Nein! Gut, hier war's schon nicht! Sehr gut zu wissen! Hier bin doch nur ein Schubler, das sieht ja so ähnlich aus! Perfekt! Und noch ein Lebtrank! Jawoll! Kracht einfach die Brücke zusammen, ey! Da krieg ich ein Raster! So ein Ruhigen 1! Ruhigen Balkon oder Außengelände? Irgend so was hat da gestanden! Ich geh jetzt nachgucken, aber... Langweilig! Langweilig! Speicherpunkt! Äh... Heilen? Auf jeden Fall! Nicht ohne Heilung weggehen! Äh, p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Ja, genau den! Ach, Westibulum. Genau! Jetzt sind wir... du ihn 1 nee quatsch das ist die blumen war draußen okay was bedeuten würde dass da mein ziel ist nie dass der ausgang war und da ist ich meine das speicherpunkt ich schätze mal dass da noch nicht war und da war auch ein item also nee 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 war auf keinen Fall wenn ich am Spannschmuck gewesen wäre wenn ich mir rauskam weil er direkt vor so sein sein Tür ist also nicht hier war schon auf gar kein Blutsaug noch ein Schritt machen müssen ficken ficken stirbt selbst China kann sie jetzt töten und jetzt kommt der Justin und aus dem letzten Jahr und explodieren sie nein 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 oder wie kannst du es war in meiner schönen FINA fünf Punkte Schaden zu machen traurigeregende Bestie habe ich viele nachdenken so so aus aber ein zu kratzen aber auch noch mal aber auch die mir bald ein Label auf jeden Fall das heißt bald in der die Gelände ich bin kann ich nicht an und weil ich cool bin Tut's nochmal heilen. Okay, da. Da ist eine Sackgasse. Hier ist eine Tür, eine Tür. Gehen wir dort einmal nicht durch. Ah, hier ist noch so ein... Oh je. Nein. Hm, ich rieche da was. Ich meine, ich hab eben schon so ein Hebel betätigt. Ich werde jetzt einfach mal Safe-State. Guck mal, Safe-States. Du musst Safe-State und gucken, was passiert. Wenn es so schlecht ist, lade ich ihn halt wieder. Macht das immer noch was. Das ist ein Aufzug. Gut. Gott sei Dank. Hab schon gedacht, ich werde hier... Kommt hier ein Jack the Ripper irgendwo aus der Wand. Nein. Falt die Drehung auf. Geld. Ein kleiner Geldbeutel, aber Geld ist Geld. Geld für Geld die Welt. Naja, im Ernst, ich brauch Geld. Ganz wichtig. Äh, langer, großer Flur. Domruiden, Kalkwerkstatt. Ja. Beikommen. Klippe. Ja. Ähm. 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 Ich hab hier am Knopf gedrückt, wie es scheint. Äh, ja. Okay. Ich geh jetzt also wieder rein, fahr runter, geh dann den anderen Weg lang und werde dann wahrscheinlich da zur Domruiden Kalkwerkstatt kommen. Und dann kann ich den anderen Schalter drücken, was diese andere Steinfratze rausschiebt. Und dann kann ich nach Dolamente, äh, darüber gehen, was auch immer mich da drüber erwartet, was auch immer ich da drüben will. Also, das heißt doch. Na egal, das passt jedenfalls von mir. Das stimmt hier mal gar nicht. Wo in Klippe. Jetzt könnte ich auch lesen. Jetzt kann ich mal rennen, dann ist das viert sich zu schnell. Dann denkt man, du, was? Was? Was hab ich jetzt gemacht? Ja. Die Knopf hier. Genau. Genau wie ich es vorausgesagt habe. Ja, bin ich nicht gut, bin ich nicht, bin ich. Jetzt in dem Bereich, der etwas weniger abgeranzt aussieht. Domorin 2. Ja, da sieht definitiv weniger abgeranzt aus. Und irgendwie farbenfroh. Ah! Scheiße! No, du kriegst dir den Schock deines Lebens. Ich rühre die Kamera, drehe die Kamera. Rachegeist im Ruderstein. Rachegeist hört sich überhaupt nicht gut an. Hier willst du die Kamera drehen, dann kommt dir auf einmal so ein scheiß Rachegeist in den Rücken. Du kriegst die Tür. Äh, äh. Der Rachegeist will dich aufteilen. Was? Nein. Der kann mir mal an der Gorschläcke. Auf der Hilfe. Scheiße. Dafür hat er wenig Energie. Könnte man das zu seinem Vorteil nutzen, wenn man mal ein Zauber spricht? Möglicherweise. Finden wir es doch raus. Und zwar, sobald ich... Boah. Hier mal ein bisschen klarkomme. Null! Null! Scheiße! Ich habe mir fast gedacht. Ich habe mir das. Null! Er sollte nicht das tun, was er versucht zu tun. Sehr gut. Ist das? Äh. Wie denn neun die Puffiwurfe in Rarathans? Hm? Ja. Und anfeuern. Dann können wir mich mal an den Schleim. Au! So mach Fina, bist du heute nochmal dran oder schläfst du da hin? Danke. So. Voll soll es mir jetzt definitiv zu tun. Ja, nochmal. Wind. Hört schon gut an. Los, 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 los. Oh weh, das funktioniert jetzt nicht. Da fühl ich mich hochgradig verarscht. Geht doch. Jetzt der letzte Schlag. Äh. Äh. Du kleiner Besschleim und Schleimgas benutzen. Hast du gelitten? Oh. 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 Das möchten wir doch gefallen. Ich wollte hier lang gehen, bevor ich dieser Rachegeist angegriffen habe. Haha, habt ihr gesehen? Das ist mal das Beschnitt hier verarschen von mangelnder Kameraführung, meinerseits. Aber zwei Dom Orcs, also hier, das ist nicht gerade schwer, aber gut. Ich bin schon beschwerend, das Kampfsystem ist schon fordernd genug, also für mich jetzt. Also, naja, ich bin so ein klassischer Rollenspieler gewohnt. Nicht so ein Käse wie das hier, das ist toll. Ja, ich hab nichts zu meckern, aber das braucht noch eine Weile bis man drin ist, ne? BAMS, BAMS, Taylor, BAMS! Njejejeje. Das hört sich doch vielversprechend an. Ah, das hat Schwachspunkte. Ja, fertig. Hat jemand ein Level? Nein, aber viel mehr weit. Und Justin und Sue in einer halben Ewigkeit. Okay. Ich kann auch nehmen. La 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 la. Ich glaub einfach, Sue hat die bessere Wache, weil stärker hat die Werte... Buh-da-da-da-da! Ich gehe einfach mal wieder Kann ja nicht verkehrt sein Was mir der Kamera nervt Bestimmt nicht nur Milchklippe Jawohl, jetzt hier in die Kalkerfabrik Kalkerfabrik Was erwartet uns hier? Gehört nicht mehr, krieg's neu hin Wops Okay, Tomo in 2 Immer mal hier rein Wenn ich jetzt an irgendein Gizarre Ort komme Okay, I think this is kind of bizarre Naja Ach, wen kümmert's Vier rote Schleime Nur vier rote Schleime Keine 2 Domox Was? Oh fuck, mit dem was hier Ach, wen kümmert's Nein 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 Nix aufteilen Dann ist mir egal Ob du jetzt in Nahkampf gehst Mitten in den Gegnern stehst Es ist mir sowas von egal Du kannst dir aber glauben, Freunde Schirn Ja Lass mal Auf Ja Unser Kamerad hier Wenn alle getroffen Ein Wind Blöhm Blöhm Damit hätte sich die Schleimfrage geklärt Vorerst Schleimgas 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 Bombs Wurfstufe höher Jawoll Auch wenn ich nicht Auch wenn ich nicht Ganz verstehe, was es mit Wurf zu tun hat Justin nur noch 15 Wurfstufe höher Energiepulte Das ist ja nicht wirklich gut Aber der macht jetzt einfach den Schleim tot Dann kann ich ihn ja gleich heilen Mit nem Kräutermedizin Lebtrank Hustensaft Irgendwas Der 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 Okay Ich mag das Ich kann eigentlich mal eine Windstufe höher machen Ah Die Orks haben ja irgendwie, kein' bewusst Angst. Glantenfieber. Was hast du denn? Was hast du denn? Beef Jerby. Hm, sicher doch. Bräuter. Was ist denn Scheiß? Nur 15? Können wir grad mal fort tun. Ungewohnt. Salbe Verbandskasten. Na. Mushi. Hülde. Nee. Nee 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 nee. Eisenkoil. Hm. Hm. Mana-Eie. Komische Eie zum Kaufen von Zauben. Na, was soll das? Fotzheizen? Nee. 4.000 Gold schon. Ah, gut. Ah, schlass den einfach so. Wenn du noch ein bisschen mehr auf die Fresse kriegst, dann geb ich den einfach, äh, einmal rah-rah, dann hast du die Sache, ey, das sind auch die anderen schönen Gehalt. Nein. Viele haben auch schon auf die Fresse bekommen. Was soll dir? Was? 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 Kommt doch. Kommt doch. mal her. Kommt doch mal her. Komm her auf die Dom-Or. Komm her auf den Dom-Or. Man kann es denn so schwer sein, einen fucking Dom-Org zu töten. Angriff und abbrechen! BAMS! Abbrechen! Zähler! Jawollo! Und so kämpft man in diesem Spiel. Jawoll! Nicht nur um irgendwelche... Jawoll, Axt zu verhören. Nicht um irgendwelche Angriffe abzuglocken, sondern auch... Speziale Angriffe abzuglocken, sondern auch um ganz normale Angriffe abzuglocken. Hier konnten wir gerne sehen, wie der Ort im Zeitpunkt geschieht.